In der Weihnachtsbrauerei, da gibt es manche Leckerei. Zwischen Schatz und Bier macht so mancher hier eine riesengroße Sauerei. In der Weihnachtsbrauerei, in der Weihnachtsbrauerei. Big Cat! Herzlich Willkommen, guten Abend liebe Freunde. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu diesem Infovideo. Wie ihr es sicherlich mitbekommen habt, kommen schon seit Samstag, 5. Dezember, keine Adventskalenderfolgen mehr online. Das ist sehr, sehr schade. Ich selber finde es auch traurig und das mache ich auch nicht absichtlich, sondern es gibt da ein großes Problem. Zwar ist bei uns hausintern das Internet abgestürzt, es läuft einfach nicht flüssig, es hakt immer wieder. Und das ist der Grund, warum keine Adventskalender-Türen derzeit online gehen können. Wir haben kein laufendes, flüssiges Internet, leider. Wir versuchen jetzt gerade mit einigen Technikern hier im HDF-Team das Problem zu lösen. Und dann werden wir am nächsten Wochenende alle Folgen, die jetzt nicht online gegangen sind, nachträglich hochladen. Das zweite ist, ich bin zurzeit auch ein bisschen untergetaucht. Weil es eben ein paar Komplikationen gab bei den Filmdrehs. Aber wir werden auf jeden Fall, dass es hiermit versprochen, jede Tür nachreichen, die hier nicht online gegangen ist. Also wir werden die Türen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allesamt verspätet öffnen. Aber ihr werdet es dann noch sehen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Ihnen ist leider ein bisschen schwierig die Woche, etwas dumm gelaufen. Entschuldige mich nochmal. Und ja, vielleicht klickt ihr dann einfach am Wochenende rein, wenn wir alle verspellten Türen aufmachen. Bis dahin, Servus, gute Zeit. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.